Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zu den Wrestling News. Die Themen heute hat die WWE Cody Rhodes verklagt, außerdem was hat CM Punk jetzt nun der WWE Backstage Show gebracht und NXT siegt zum ersten Mal im Wednesday Night Raw. So Leute, denkt dran, heute ab 15 Uhr startet der Black Sale von Smilodogs und Neo Subs. Gutscheincode Martin40 für 40% Rabatt und natürlich auch auf reduzierte Ware, dass ihr teilweise bis zu 80% Rabatt bekommt. Checkt das auf jeden Fall aus, da wird es wahrscheinlich wieder sehr schnell gehen, bis da die ganzen Sachen wieder ausverkauft sind. Deswegen ranhalten, jetzt abchecken oder beziehungsweise nach dem Video, Freunde. Diese Woche bei WWE Backstage hat CM Punk Rede und Antwort gestanden zu vielen Sachen rund um ihn, Comeback und so weiter und so fort. Dazu ist er auch auf den Tweet von Seth Rollins eingegangen, der ihn ja zu einem Match herausgefordert hat. Daraufhin meinte CM Punk, dass Seth Rollins lieber aufhören sollte zu twittern und sich mehr um sich kümmern sollte. Daraufhin twitterte Seth Rollins, dass das natürlich eine super Antwort ist und dass CM Punk nur ein Feigling ist. Später in der Episode wurde ja nochmal ein kleiner Hit gegen Seth Rollins gemacht. Allerdings auch hier, das ist vielleicht ein Aufbau für ein mögliches Match, aber das mögliche Match steht im Moment einfach nicht im Raum. Von daher... Am 2. Dezember werden New Day, also Xavier Woods, Kofi Kingston und Big E ihren eigenen Podcast starten. Dieser wird Feel the Power heißen und ist der zweite WWE produzierte Podcast nach After the Bell mit Corey Graves. Es gibt mal wieder einen Twitterkrieg, dieses Mal zwischen Lana und Selina Vega. Da geht es teilweise darum, wer besser gekleidet ist, wer Schauspielern kann, wer lieber das Maul halten soll und so weiter und so fort. Das Ganze könnte natürlich ein Aufbau sein für ein Andrade gegen Bobby Lashley Match, da diese Storys ja gerade irgendwie mit den Damen auf jeden Fall zusammenhängen. Könnte man machen, vielleicht ist es auch einfach nur zwei Damen, die sich nicht gut verstehen. Dann ein Update zu ACH bzw. Jordan Miles. Dieser ist ja schon seit einiger Zeit unzufrieden, da er ja die WWE als sehr rassistisch ansieht und da unbedingt raus wollte. Und jetzt hat er sogar einfach mal so schon mal ein paar Indie Bookings angenommen, obwohl er offiziell noch nicht gekündigt war von der WWE, also offiziell noch nicht raus aus seinem Vertrag war. Das wurde aber jetzt auch wieder geändert. Offiziell hat ACH also jetzt Freigabe für alles, denn die WWE hat seinen Vertrag aufgelöst. Das ist natürlich sehr nett. Und dazu kommt ja auch noch, das ist sehr interessant, denn die WWE, es tut sich doch momentan sehr schwer, Leute rauszuschmeißen. Deswegen ist das eigentlich ziemlich krass, dass sie hier ohne Probleme ACH rausgelassen haben. Aber vielleicht hatten die wirklich Angst, wegen diesen großen Rassismusvorwürfen hier noch mehr negative Presse zu bekommen. Und deswegen lieber weg und dann ist es gut. Dann gibt es mal wieder einen kleinen Verletzungsreport. Dieses Mal geht es um Bobby Fish und um Wesley Blake. Beide haben sich in dieser Woche NXT im Gesicht an der Nase verletzt, aber müssen nicht ausfallen. Auch Bobby Fish wird natürlich dieses Wochenende bei Raw Games mit am Start sein und ist also nicht verletzt. Muss aber trotzdem noch demnächst mal einen Schönheitschirurgen aufsuchen, da da wohl doch einiges kaputt ist. Aber für das nächste Match auf jeden Fall noch geht. Dann gibt es momentan das Gerücht, dass die WWE aus irgendeinem Grund möglicherweise Cody Rhodes verklagt hat. Denn dieser hat nämlich einen Tweet rausgehauen, wo er meint, dass er demnächst vor Gericht erscheinen soll und sich schon mal langsam einen neuen Anzug zulegen sollte. Allerdings wurde der Tweet wieder gelöscht und so wirklich weiß man nicht, was da jetzt genau drin ist. Ein weiterer Hinweis könnte sein, dass ja diese Woche bei All Elite Dynamite ein Schild andauernd hochgehalten wurde, wo drauf stand, Suck it Vince und daraufhin meinte Cody Rhodes in einem Dark Segment, dass er dazu nichts sagen darf, aber dass das Schild ja schon alles sagt. Und das ist ja eine etwas eigenartige Formulierung. Was da also genau hinter steht, weiß man leider nicht, aber mal schauen, was da noch bei rumkommt. Ich hatte euch ja schon mal über die Einschaltquoten für die WWE Backstage Show berichtet und die waren ja teilweise echt gar nicht so gut, sodass teilweise Videos von mir mehr Klicks haben. Und hier hat man ja jetzt CM Punk an Land gezogen und sich natürlich erhofft, dass dieser viel, viel mehr Zuschauer in diese Show zieht. Und das ist auch passiert, allerdings nicht in dem Maße, wie man sich das vielleicht erhofft hat. Denn diese Woche hatten wir 180.000 Zuschauer bei dieser Show und das ist natürlich ein deutlicher Anstieg, aber kommt noch nicht mal ansatzweise an Raw, SmackDown, NXT oder irgendetwas ran. In der letztwöchigen Episode hatten wir 100.000 Zuschauer und da würde ich jetzt noch nicht mal CM Punk mit reinzählen, weil da wusste ja noch niemand, dass CM Punk wirklich kommen wird. Und die Ausgabe davor, die eigentliche Startepisode, hatte ja nur 49.000 und das ist halt schon sehr, sehr wenig. Deswegen, man merkt schon, da ist ein Anstieg, aber auch jetzt mit Punk und der ganzen Aufmerksamkeit rund um diese Show, hatten wir jetzt gar keine so krass gute Quote. Mal schauen, wie sich das in den nächsten Tagen noch weiterentwickelt und ob denn CM Punk sein Geld wirklich wert ist. Und dann ist es endlich passiert. Zum ersten Mal nach acht Wochen des Krieges gibt es einen kleinen Sieg für NXT. Denn diese Woche hat NXT zum ersten Mal die Einschaltquote von All Elite Dynamite überstiegen und das ist natürlich ein ziemlich gutes Ding. Allerdings hat das ja auch was damit zu tun, wie die aktuell verlaufende Storyline ja gerade ist. Das heißt, dass ja Raw und SmackDown gerade in NXT mit rumwurschtelt und die NXT Leute ja auch bei Raw und SmackDown zu sehen sind, um damit natürlich Aufmerksamkeit auf die NXT Show zu ziehen. Und das hat gerade diese Woche auch sehr gut geklappt. So hatte All Elite diese Woche 893.000 und NXT 916.000. Das heißt, es war jetzt natürlich nicht extrem krass viel mehr, aber es war mehr und damit das erste Mal, dass NXT hier mehr Zuschauer als All Elite sieht. Dazu muss ich aber auch sagen, dass das Ganze hier nur die direkten Wednesday Night Raw betrifft. Das heißt, beide Shows laufen gleichzeitig auf unterschiedlichen TV-Sendern. Aber NXT läuft ja auch noch einen Tag später auf dem WWE Network. Und das darf man echt nicht unterschätzen, denn da kommen nochmal ordentliche Einschaltquoten zusammen, die man aber nicht weiß. Das Einzige, was man weiß, ist, dass NXT zum Beispiel in der letzten Woche ja meistgesehene Show auf dem WWE Network war. Das heißt, es gucken noch extrem viele Leute NXT auf dem Network. Und wenn die halt die Zahlen nicht rausballern, dann weiß man halt nie, wie es läuft. Jericho twitterte zu dieser ganzen Sache, denkt dran, es ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Also das, was die WWE quasi auch getwittert hatte, als sie das erste Mal gegen All Elite verloren haben. Ich gehe zwar auch davon aus, dass wenn jetzt die Story rund um Survivor Series und so weiter endet, dass dann auch die NXT-Einschaltquote wieder zurückgehen wird und wieder mehr Leute dann All Elite einschalten. Also das wird jetzt ein kleiner Sieg gewesen sein. Dauerhaft wird das, glaube ich, sich nicht halten. Aber mal schauen, ich finde die Wainstern & Rawls einfach extrem interessant und die bringen richtig Schwung in die Bude. Deswegen, ja, freue ich mich da drüber und berichte natürlich auch da sehr gerne drüber. Ja, Freunde, dann war es das auf jeden Fall erstmal mit dem Video für heute. Denkt dran, Daumen nach oben natürlich geben, Kanalmitgliedschaft abschließend für Denkensupport und ansonsten natürlich auch noch die Glocke aktivieren und eure Meinung gerne in die Kommentare schreiben. Und checkt auf jeden Fall Smilodogs und Neosubs aus. Links dazu in der Videobeschreibung. Vergesst meinen Gutscheincode Martin40 nicht für den fettesten Rabatt ever. Und deswegen gerne da vorbeischauen. Ich wünsche euch noch was. Macht nicht mehr so dolle. Wir sehen uns Samstagabend im NXT Livestream und Sonntag im Survivor Series Livestream. Und dann macht nicht mehr so dolle. Wie gesagt, haut rein und einen schönen Tag an. Ciao.